Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Esser unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute gilt es nämlich um Sensen Schlund des Eroberers und ja, das ist das mehr oder weniger schicke Mount, auf dem ich mich hier gerade befinde. Ich würde euch raten, da nicht mal die Hand vorne rein zu stecken, weil man weiß nicht, was passiert. Es ist nicht ganz so hübsch, aber es ist zumindest ein relativ neues Model, so habe ich es noch nicht gesehen und es läuft relativ lustig. So viel kann ich schon mal über das Mount sagen und es ist auch einigermaßen zeitaufwendig zu erreichen, deswegen werden es vielleicht nicht ganz so viele Leute zu Start von Battle for Esser jetzt haben. Ich will euch mal zeigen, wie ihr das kriegt und zwar ist es ein Mount, das wir über einen PvP-Erfolg bekommen bzw. einen PvP-Meta-Erfolg. Und zwar heißt dieser PvP-Meta-Erfolg Eroberer von Azeroth und für diesen müssen wir unten aufgelistete PvP-Welterfolge abschließen. Das sind eine ganze Menge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Ich werde jetzt auf die ersten drei ein bisschen in einem geringeren Ausmaß eingehen, denn die hatte ich euch schon einmal in einem Video gezeigt. Die konnte man nämlich schon im Pre-Patch von Battle for Azeroth einmal absolvieren, aber ich zeige es euch jetzt dennoch nochmal in einer abgespeckten Form. Ich werde euch das Video aber nochmal verlinken, wo wir ein bisschen näher eingegangen sind. Und zwar, was müssen wir machen? Wir müssen hier einmal den Erfolg Kopfgeldjagd abschließen und dafür müssen wir zehn Kopfgelder von Spielern im Warmode aufklauben. Wichtig, bevor wir jetzt vielleicht weitergehen, solltet ihr wissen, ihr braucht für alle Erfolge den Warmode und ihr müsst PvP spielen. Wenn das nichts für euch ist, dann werdet ihr euch schwer tun, das Mount euch zu erspielen. Und zwar den Warmode machen wir hier einmal an, wenn wir unten auf Spezialisierung bzw. Talente gehen. Und dann können wir hier den Warmode anschalten und zwar nur in SW als Allianzler und als Hordler in Ogrimma. Wenn ihr das angeschaltet habt, seien die immer und überall PvP geflaggt, können von jedem angegriffen werden, könnt aber auch jeden angreifen, weil ihr nur Leute seht, die auch so geflaggt sind. Vielleicht für die Leute, die es mit dem Warmode noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Sobald ihr das getan habt, gibt es hier Kopfgeldjagd. Und die funktioniert so, wenn ein Spieler zehn andere Spieler getötet hat, dann kriegt er einen Buff drauf, dass er dementsprechend ein Attentäter ist. Und wenn er diesen Attentäter-Buff hat, dann droppt er noch kein Kopfgeld, sondern er bringt ein bisschen mehr Ehre und solches Zeug und er hat, glaube ich, auch ein paar Buff-Vorteile für sich. Das ist noch nicht das Kopfgeld. Das Kopfgeld ist dann erst, ja, dann angebracht, wenn dieser Spieler nach einer gewissen Zeit, das kann bis zu einer Stunde dauern, kriegt dann eher random einen Debuff, der heißt Kopfgeld, dann wird er auch auf der Karte gemarkt. Und wenn ihr dann diesen Spieler umhaut, dann droppt er ein kleines Säckchen. Und dieses kleine Säckchen kann von fünf Spielern gelootet werden und an dem ersten Säckchen am Tag ist ziemlich guter Loot drin. Also da gibt es ziemlich viel Zeug raus. Und jedes weitere Säckchen, das ihr lootet, da ist noch nicht mehr so gutes Zeug drin. Das konnte man im Pre-Page schon machen, in der Darkshore, da hatte ich ja auch ziemlich viel PvP-Stuff gemacht. Und da konnte man das schon machen, kann das aber jetzt immer noch machen. Sollte halt einfach gucken, dass man auf der Map ein bisschen schaut, vielleicht sich auch Gruppen sucht, die dann die Kopfgeld-Leute jagt und dann schnell ist, um auf diese Säckchen zu drücken, wenn man in einer größeren Gruppe ist, weil wie gesagt, nur die ersten fünf können es looten, da müsst ihr einfach schnell sein. Nicht weiter schwierig, wenn ihr die anderen Erfolge macht, werdet ihr es nebenbei bekommen. Das zweite, was wir haben, ist hier kriegsversorgt und dann müssen wir öffnet im Kriegsmodus eine Kiste mit Kriegsvorräten, die aus der Luft abgeworfen werden. Und zwar ist es hier so, dass wir einen Airdrop haben, den hatte ich euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, der, ja da fliegt einfach ein Flugzeug, ich glaube alle Viertelstunde kommt das, fliegt ein Flugzeug über die verschiedenen Zonen hier in BFA, ich habe mir das damals schon in der Darkshore geholt, da war das genauso, und lässt eine Kiste fallen. Diese Kiste muss dann umgefleckt werden, sowohl von der Allianzkanze umgefleckt werden, als auch von der Horde, und es gibt quasi zwei Klicks, der erste Klick ist von dem einen ersten Spieler, der quasi diese Kiste umfleckt für seine Fraktion, dann gibt es hier dieses Achievement, und der zweite Klick ist dann die Kiste öffnen, um den Loot zu holen, und den Loot können dann quasi, ja, ein, zwei Minuten lang die ganze eigene Fraktion holen. Das wird dann auch quasi relativ gut, ja, relativ gut sichtlich ist in die Kiste, sobald sie umgefleckt ist, und dann kann man sich das holen. Man muss quasi der Spieler sein, der das Ding umfleckt, und dann bekommt man hier den schicken Erfolg. Dann haben wir den dritten Erfolg, den man auch schon davor machen konnte, also im Pre-Patch, und zwar heißt es Brüder im Kampf, dafür müsst ihr einfach in einer Gruppe sein, zwischen zwei und fünf Spielern, heißt nicht im Raid, aber in einer, ähm, zumindest zweier Gruppe. Und ihr müsst einen ehrenhaften Sieg erwirtschaften, das sollte nicht das Problem sein. Dann ein Kopfgeld einsammeln, sollte auch nicht das Problem sein, hier müsst ihr E10 einsammeln. Dann müssen wir eine seltene Elite-Quest abschließen, das ist eine, äh, World-Quest quasi, wo ihr eine, eine Elite-Gegner töten müsst, der aber ein Rare-Gegner ist. Dann kriegt ihr das hier, auch in der Gruppe, abgeschlossen, und ihr müsst eine Kiste plündern mit Kriegsvorräten, das ist quasi die Kiste, die wir hier oben haben. Bloß dafür müsst ihr nicht der erste sein, der sie umfleckt, sondern ihr müsst einfach nur rein looten. Heißt, äh, in diesem Achievement stecken die anderen beiden auch schon zum Teil mit drin. Das sind die drei Sachen, die konnte man alle schon davor machen, und wahrscheinlich haben die meisten sie auch schon vorm Pre-Patch erledigt. So, jetzt kommen wir zu den Geschichten, die man erst machen kann, seit BFA live ist. Und zwar sind es diese Einsatzgeschichten, Einsatz in Zuldersaar, Einsatz in Teragadesund, in Drustwar und so weiter. Wir haben das in jedem Gebiet, wir müssen in jedem Gebiet tausend Ehre erwirtschaften. Tausend Ehre hört sich nicht viel an, es gibt aber keine PvP-Worldquests oder irgendwelche besonderen Aktivitäten, um extra Ehre zu erhalten, bis auf eine Ausnahme, da werde ich jetzt gleich zu kommen. Und zwar müsst ihr diese durch Kill-Ehre bekommen. Es ist so, dass ihr umso mehr Spieler ihr quasi zusammenladet, umso weniger Ehre kriegt ihr durch einen Kill. Ich glaube es sind, warte, waren es 16? Ich glaube 16 oder 20, irgendwie sowas war es, wenn man einen Spiel alleine tötet, was man in Ehre bekommt. Und umso mehr Spieler man quasi in der Gruppe hat, beziehungsweise noch auf einem gegnerischen Spieler draufhauen, durch umso mehr Leute wird quasi die Ehre geteilt. Heißt, wenn ihr in einer großen Gruppe das Ganze macht, dann kriegt ihr umso weniger Ehre. Ich habe das jetzt in verschiedenen Wegen getestet, mit Gegner Solo zu töten, in kleineren Gruppen bis zu 5 Mann, in größeren Gruppen mit 40 Mann Raid. Man kann alles machen, man muss halt bloß gucken, dass man am besten sich eine Zone raussucht, sich am besten eine Gruppe sucht. Ich rate hier am besten eine Gruppe bis zu 5 Spielern. Am besten fährt man eigentlich, wenn man 2 Heiler und 3 DDs hat oder 1 Heiler und 4 DDs. Man kann auch einen Tank mit reinnehmen, das geht alles. Ich habe das selber auch als Tank gespielt. Man kann das aber auch in größeren Gruppen machen, bis zu 40 Mann, kriegt dann halt immer nur noch eine Ehre. Dafür fährt man halt alles um. Ich kann euch ein paar Tipps geben, wie ihr es vielleicht ein bisschen effizienter machen könnt. Und zwar haben wir verschiedene Methoden ausprobiert. Was durchaus sinnig ist, ist an bestimmten Spots zu stehen, wo möglichst viele Gegner ankommen. Was sind das für Spots? Und zwar, wenn man zum Beispiel jetzt im Tiragadesund farmt, da ist es so, dass man, wenn man jetzt Allianz ist, und ich habe das mit der Allianz gemacht, dass man sich an den Spot stellt, wo die Horde rauskommt. Das ist zwar ein bisschen assig, weil man den Spawn abfarmt, ist aber eines der effizientesten Sachen, wenn man eine größere Gruppe ist. Wenn man eine kleinere Gruppe ist, dann macht es immer Sinn, die Azerid-Worldquests mitzunehmen. Ihr schaut einfach selber, wo sind eure Azerid-Worldquests. Und hier zum Beispiel ist auch immer eine, die ist jetzt gerade nicht ab. Ihr solltet immer natürlich eine nehmen, die ab ist, euch da hinstellen und da die Leute einfach einzeln wegkillen. Ihr müsst zwar rechnen, klar, das ist ein bisschen assig, wenn man die Leute an ihrer Quest schürt, aber es ist halt War-Mode und ihr wollt einen Erfolg machen. Deswegen müsst ihr irgendwie gucken, dass ihr die Leute zusammenkriegt. Wir haben auch probiert, ein bisschen Flugpunkte zu campen, auch teilweise mit größeren Gruppen, mit 10 Leuten, 15, 20 Leuten. Jetzt sind wir an die Hordenflugpunkte gegangen, alle Spieler, die da ankommen. Vom Flug mauen viele sind auch AFK, kann man umhauen. Hier aber Achtung, jemand, der nach einem Flug quasi landet, der hat einen Debuff, ich glaube von 30 Sekunden ist es, glaube ich. Das ist so ein, wie dieses Priester verblassen hat das als Symbol und ist dann keine Ehre wert. Ihr könnt ihn umhauen, es bringt euch aber nichts. Ich würde euch raten, diese Leute dann nicht anzutasten, zu warten, bis sie entfleckt sind und dann umzuhauen, dann kriegt ihr auch Ehre von. Oder, was wir gemacht haben, mit einem Priester übernehmen und dann Autohit machen, denn sobald die jemanden angreifen, oder auch euch angreifen, ist hier quasi dieses ehrlose Ziel weg und ihr könnt sie umboxen und kriegt auch Ehre. Das ist jetzt halt alles immer strittig, ob man, da gibt es dann Leute, die sagen, oh, das ist ja fies und hin und her, aber ihr wollt halt effizient Ehre fahren und das ist halt einfach nur mal das Effizienteste. Wie ihr das genau macht, müsst ihr für euch wissen. Ihr könnt natürlich auch rumlaufen, eine One vs. One, den ehrenhaften Fight suchen, das ist alles drin. Wird aber wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, als wenn ihr es gezielt macht. Vor allem in Gruppen geht es ein bisschen schneller und wie gesagt, bestimmte Spots sich zu gucken, macht durchaus Sinn und das Sinnigste, außer Flugpunkte zu campen, sind sicher diese Azerid-Worldquests. Dazu würde ich euch aber raten, schaut ins Tool. Da sind oft auch Gruppen drin, die genau das ja machen, beziehungsweise es gibt auch oft Gruppen, Bounties nennen sich, also die Kopfgelder sind Bounties quasi im Englischen und die jagen dann speziell die Kopfgelder. Das ist dann wieder sinnig, um erstmal Ehre zu kriegen, aber auch hier unten, um diese kleinen Säckchen zu looten. Und ja, wenn ihr dann genug PvP gemacht habt, dann kriegt ihr quasi sowohl euren Titel als auch euren, ja, als auch euer mehr oder minder schickes Mount hier. Ja, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wie gesagt, zig verschiedene Wege ans Ziel zu kommen. Ich habe alles mal ausprobiert, auch größere Gruppen. In einer war ich, glaube ich, eine 40-Mann-Gruppe, da haben wir auch ein Dings gefarmt. Hier ist ein Azerid-Ding. Hat ehrlich gesagt Länge, dauert also 5-Mann-Gruppen sind das effizienteste, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen. Gut, das war es mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Mount, zum Farmen, was ihr am effizientesten erhaltet. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video, wenn ihr wollt. Euer Tela, bis dann, ciao!